Das geht es für Manuel, der heute Geburtstekot. Er geht mit 25 in die Arbeit und hakelt gar so lang, dass er, wenn er ankommt, ein Jahr lang in der Arbeit war. Denn wenn er ankommt, ist er 26. Nein, vergeht es ja aber schnell. Und aus diesem Grund sagen wir dir jetzt alle alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß, ich kann nicht singen, drum so gut als lieber alles Gute zum 26er Uhr.